Hallo, ich habe dieses Kameralicht als Produkttest erhalten. Meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Weiter nach dem Intro. Packen wir es mal aus. Haben wir hier ein kurzes USB-Ladekabel. Ich habe in letzter Zeit immer mitgeliefert, aber eben sehr, sehr kurz. Dann haben wir hier ein Mini-Stativ. Sieht jetzt sehr klein aus und schwach, aber ist hier Metallfedern. Fasst sich sehr stabil an. Macht einen sehr guten Eindruck. Viel Gewicht muss es ja nicht tragen, wahrscheinlich nur die Lampe. Aber eine kleine Kamera, eine Action-Kamm könnte es auch tragen. Haben wir hier einen Winkel-Adapter. Auch eine sehr gute Ausführung. Sehr schweres Material. Könnte man hier ran schrauben. Eine Tischklemme. Kann man das irgendwo festklemmen. Auch Metall, also sehr gute Ausführung. Und hier haben wir das eigentliche Licht. Da haben wir den Grundstoff. Hier unten haben wir eine typische Schraube, wo wir Stativ reinschrauben könnten. Oder hier diesen Kamera-Fuß-Adapter. Seitlich kann man auch Kamera-Füße reinschieben und feststellen. Also eine zweite, eine dritte, vierte Lampe. Als Beispiel, wenn es nicht hell genug macht. Der Akku ist sogar noch voll. Wir haben eine Farbtemperatur in Grad-Anzeige. Das heißt, der Farbton ist nicht RGB, sondern ein Grad. Aber alle Farben dadurch möglich. Das ist so ein Farbzylinder. Das kann man im Internet nachschlagen. Bei wie viel Grad welche Temperatur ist. Also welcher Farbton ist. Das ist so ein Zylinder. Ja, jetzt mal ist das Ganze hell genug. Also eine einzelne Lampe ist nicht wirklich hell genug. Es sei denn, da steht direkt jemand davor. Man kann einen interessanten Farbton ins Bild bekommen. Dadurch ins Motiv. Wenn es dicht ist. Also für Makroaufnahmen, ja. Aber etwas, was weiter als zwei Meter weg ist, erfassen wir damit nicht mehr. Das war nicht die Akku-Anzeige. Das ist nochmal die Prozentanzeige. Aber hier ändert sich auch nur was nach unten. Weil, so wie bei LEDs häufig, ab 80% bis 100% sieht man keinen Unterschied. Unter 80% wird schwächer, aber darüber haben wir schon die maximale Leuchtkraft. Dann nochmal die Farbtemperatur dazu. Dann haben wir mal eine Kamera zur Hilfe. Ob der Schub perfekt passt? Ja, der passt perfekt. Lässt sich auch feststellen. Also wie gesagt, für kleine Makroaufnahmen okay. Wenn man mit mehr Lampen arbeitet, vielleicht auch für mehr, aber eine große Ausleuchtung ist es nicht. Aber eben schöne Farbeffekte. Wer sowas haben möchte, kann es sich gerne kaufen. Okay. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder euch eines der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass euch das Video angesehen habt.